Guten Abend, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Und eines kann ich Ihnen gleich sagen, das richtig schöne Wetter beginnt erst nach der Sendung. Also bleiben Sie dran. Ich bin Roger Harnet, meine Gäste heute Stefan Bonner und Anne Weiß, beide Autoren. Herzlich willkommen. Das Buch heißt Generation Doof. Es ist relativ klar, was damit gemeint ist. Was wissen wir eigentlich, die heranwachsende Generation, die jungen Menschen? Sie wissen relativ wenig.